Musik Hallo Kinder, hier ist der Flick von die Flickige Bildtast. Hallo, ich helfe heute der Heidi im Büro und jetzt ist gerade mal der Computer frei und jetzt schreibe ich mal eine E-Mail an meinen Freund Francis. Der soll mir mal helfen. Hallo Francis, kannst du mir bitte helfen? Danke, fertig. Hallo Kinder, ich bin Randes. Kennt ihr mich noch? Letztes Jahr war ich bei euch im Kindergarten, habe euch die Weihnachtsgeschichte erzählt. Und wisst ihr was? Heute habe ich Computertag. Ich darf an den Computer. Oh, was ist das denn? Ich habe eine E-Mail vom Kindergarten. Was steht denn da? Oh, von Flip. Der braucht meine Hilfe. Oh, cool. Da bin ich neugierig. Ihr auch? Mal gespannt, was Flip von mir will. Tschüss. Wir sind wieder hier im Kindergarten. Ja, das ist nicht cool. Ja. Das hat so lange gedauert. Ja. Das ist echt schon nett. Ja. Du hast doch gesagt, du hast ne E-Mail bekommen. Ja, vom Kindergarten, vom Flip. Ja, guck mal. Ja, wir sollen alle herkommen. Guck mal, der hat uns ganz bemerkt. Ja. Ich bin so enttäuscht, was der Blatt ist. Flip. Komm, warte mal nach. Pass mal auf, ich habe eine Idee. Au. Hey, von meinem Freunde. Hallo. Na? Hallo, Flip. Hallo. Uli. Hi, Ramses. Danke für die Blitte. Habe ich mich echt gefreut, du. Mhm. Was machst du denn hier? Ich mache, ähm, ich kütze. Ich mache hier alles sauber. Es ist doch wieder Wochenende. Mache ich alles sauber. Genau. Ich habe euch, das ist so toll, dass ihr heute wieder alle da seid. Ich freue mich so unendlich sehr. Sollen wir, ich habe ja jetzt, ähm, der Kindergarten hat ja jetzt einen YouTube-Kanal. YouTube? YouTube? Mhm. Was ist das denn? Ach, schell mal. Da geht man online. Online? Ja, und da streamt man. Wir wandern. Online. 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 Ja, ist ja egal. Ich erkläre euch das mal in Ruhe. Sollen wir mal mein Flippi Retas Lied singen? Au ja, nicht los. Okay, Kinder, wir laden euch ein. Bis gleich. Flippi Retas, die Flippi Retas. Wir singen und haben Spaß. Wir sind kunterbund und drum geht es rund mit viel Energie. Die Flippi Retas, die Flippi Retas. Wir singen und haben Spaß. Darum, liebe Leute, nehmt euch doch mal Zeit und macht einfach mit. Los, alle mal aufstehen. Ja, genau, auch du. Trau dich, mit uns, Flippi Retas. Hab einfach Spaß. Die Flippi Retas, und das war's bis nächstes Mal. Ciao. Ciao. Hey, das war ja super. Ja, Späckchen. Hey, Rang, du bist gut, dass du die E-Mail gelesen hast. Das war super. Ja, es hat Spaß gemacht. Hey, du, das war ein Spaß. Komm, wir sind gespannt, doch mal. Sind wir Spazier? Ja. Okay. Tschüss. Tschüss. Die Flippi Retas, die Flippi Retas. Wir singen und haben Spaß. Wir sind konterbunt und drum geht es rund, mit viel Energie. Und Spaß ist das Ziel, davon haben wir ganz viel. Die Flippi Retas, die Flippi Retas, wir singen und haben Spaß. Darum, liebe Leute, nehmt euch doch mal Zeit und macht einfach mit. Los, alle mal aufstehen. Ja, genau, auch du. Trau dich, mit uns Flippi Retas. Hab einfach Spaß. Die Flippi Retas, die Flippi Retas. Und das war's bis nächstes Mal. Ciao. 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 Ciao.